Arschul, weg. Weg, 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 weg. Los, weg hier, ey. Das wird mir langsam hier, ne? Okay, speichern. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, wir speichern mal kurz und machen auch direkt weiter. Ich speichere jetzt aber mal kurz. Ja, wo speichere ich denn? Ja, hier, ne? Ähm. Nö, kann ich nicht. Also, ich habe irgendetwas gesucht, das ich holen kann. Hier weg. Derf nicht, ey. Oh. Mann, jetzt. Äh. Welche Tür? Ja, ich habe es. Oh, gut. Ich habe uns eingeschlossen. Ach, da geht es weiter. Gut. Ich dachte schon. Na, komm, 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 komm. Was ist hier denn los? Ja. Was, was, was soll ich hier tun, hä? Da leuchtet was. Schieß nicht drauf. Mein Freund kommt da jetzt durch, ne? Ja, mein Freund kommt da. Äh. Was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Oh, da ist er. Bleib stehen. Äh. Da kann ich Daten durch. Nein, kann ich nicht. Oh, oh. Warte, warte. Oh, bin ich zusammengezuckt. Ich glaube, das war ein Fehler, hier lang zu gehen. Denn da scheint es nur in eine Sackgasse zu führen. Deswegen suche ich mal eine andere Tür. Aber ich habe keine gesehen. Hey, ja. Dich habe ich ganz vergessen. Moment. Hier. Aufschießen. Gehst du auf? Nein. Geht sie nicht. Geht sie nicht. Geht sie nicht. Ist das ein Spaß? Du wirst zwar... Moment. Wisst ihr, was wir machen? Wir knallen den jetzt voll ab, ne? Aber ich habe keine Munition für die. Scheiße. Ich wollte ihn hier einsperren lassen. Moment. Moment. Das sieht aus, als ob ich das irgendwie benutzen könnte, um den zu töten. Bloß wie? Weg, 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 weg. Und jetzt weg, 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 weg. Okay, okay. Der muss sich jetzt wieder regenerieren. Geht zu. Und, ach, hier ist eine Tür. Sehr gut. Die habe ich gar nicht gesehen. Also, dass sie offen war. Wow, okay. Wir nähern uns jetzt dem Marker. Ziemlich nah. Viel zu nah. Also, eigentlich wollte ich noch warten, ne? Wow. Oh, siehst du lecker aus. Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Wow, 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 wow. Oh, oh. Das war's, Kumpel. Eui, eui, eui. Was jetzt? Abdrücken. Bäm. Das war geil. War das jetzt das Ende? Also, ich möchte noch einen Riesenboss haben. Ach, schön. Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten sie mich? Aber Strauss sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe ihnen vertraut. Ich pfeife auf sie. Und auf ihren Scheißmarker. Ach, ich darf gehen. Oh, oh. Äh, wach. Mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Ich verstecke mich jetzt. Boah, mein Gott. Äh. Habe ich dir wehgetan? Gut. Moment, Moment. Wenn ich auf sie schieße, dann öffnet sich da etwas. Moment, wach was. Ähm, der Marker kommt immer näher. Oh. Oh, oh. Da. Draufballern. Na, ich habe nur für die Munizierung. Scheiße. Also, na hey. Das war's not gut. Oh, oh. Au. Oh. Oh, oh. Oh, jetzt aber weg hier. Jetzt, jetzt. Jetzt aber Schluss, ne? Oh. Ich habe zu wenig Munition. Ich sollte lieber alles... Ja, jetzt reicht's aber. Ja. Wow. Ja, so sieht's aus, wenn mich die kleinen Kinder irgendwie kaputt machen. Oh, ich hätte mehr Munition kaufen sollen. Jetzt habe ich kaum was. Das sieht nicht gut aus. Na, dafür habe ich nichts. Auf die Beine, komm. Die haben mir noch nie an der Gefallen. Na, 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 na. So, und jetzt kommen die kleinen Kücher. Ach ne, ich muss ja draufschießen. Wobei, ich spare die Munition jetzt erstmal. So, die kleinen Dinger hier. Weg, 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 weg. Ah. Ach, ich habe ja Stase. Nein, 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 nein. Ich gebe nicht auf. Oh, oh. Ich möchte aber auch nicht, nicht in die Arme rennen, von der. Das ist gut, dass diese Gegner kommen. Die lassen schöne Dinge fallen. Oh, oh. Moment. Ähm, habt ihr nichts für mich? Verdammt, gut, dann. Dann schießen wir mal weiter auf unsere Freundin. Ja. Soll ich doch, oder? Komm, 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 komm. Jetzt kommen wir mal diese Dinger da. Moment, das Herz. Boah, warum spiele ich hoch schwer? Sag mir das mal einer. Äh, 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 äh. Latt, oh, latt, nacht. Oh, wegrennen, 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 wegrennen. Ich brauche Munition, Freunde. Oh. Da gibt es bestimmt irgendwie einen anderen Trick, die noch leichter zu töten. Glaube ich. Na, muss ich jetzt immer warten, bis sie ganz oben sind, verdammt. Ich habe kaum Munition. Äh, Heilung. Oder besser gesagt, ich habe gar keine Heilung. Okay, das hat ordentlich gesessen. Wo kommen die kleinen Viecher? Wo kommen die kleinen Viecher? Scheiße. Nein. Oh, die haben mich. Ach, verdammt. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Ach, ja. Vielleicht lade ich auch einfach den letzten Part nochmal und, äh, kauf da ein bisschen mehr ein. Mehr Munition, et cetera. Aber einmal versuche ich es noch. Boah, ist das schwer. Okay, und jetzt? Schön raufballern. Lade nach. Jetzt kommen die kleinen Viecher. Oh. Nein, 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 nein. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin in sie reingerannt. Super. Und wir spießen uns jetzt selber auf. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Oh, Leute. Das ist schwer. Ja, wir spießen auch auf schwer. Idiot. Gut. Dann machen wir es nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Oh. Komm, es stirbt. Wie oft denn? Zehnmal oder wie? Jetzt kurz nachladen. Okay, und jetzt die kleinen Viecher töten. Nein, und ich bin da wieder reingerannt. Och, komm. Neustart ab Kontrollpunkt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.